Ich freue mich, euch heute ein weiteres Seminar präsentieren zu dürfen. Diesmal geht es nicht um die Technik, sondern diesmal geht es um Bildkomposition, Bildaufbau. Ich habe in vielen Zuschriften als Feedback bekommen, dass viele von euch sich wünschen, auch konstruktiv, also strategisch an die Bildkomposition und an die Bildfindung heranzugehen. Bisher haben wir sehr viele Videos produziert mit ganz tollen, unterschiedlichen Dozenten aus ganz Europa, die spontan, intuitiv, sehr aus dem Inneren heraus die Bilder malen. Das ist aber nicht jedermanns Sache und es ist auch sehr schwierig. Also erstmal muss man die Entspanntheit haben, man muss die Routine haben, man muss den Mut haben, diesen Zufall anzunehmen und ihn schätzen und lieben zu lernen. Es gibt auch ganz andere Wege. Es ist überhaupt kein Problem, auch vor dem Prozess sich konkrete Gedanken zu machen, also sprich ein Bild durchzuplanen und durchzukomponieren. Das machen ganz viele Künstler. Müsst ihr euch nicht für schämen, vielleicht das falsche Wort. Es ist überhaupt kein Problem, macht das ruhig. Und in diesem Seminar möchte ich euch das ein wenig näher bringen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Steffen Roller. Ich habe mit meiner Frau Susanne 2009 diese Plattform Geistreich Lernen gegründet. Vorher haben wir fast 20 Jahre eine Kommunikationsagentur gehabt. Ich komme also aus dem Bereich der Konzeption. Ich habe etliche Prospekte, Logos, Webseiten, Plakate und so weiter gestaltet. Auch da habe ich vorher eine Idee, ich habe ein Konzept. Ich definiere ein Format. So ist das bei einem Plakat, nicht anders als bei einem Bild. Bei einem Bild überlege ich mir auch, arbeite ich 40 mal 60, 70 mal Meter oder keine Ahnung was. Und dann beginne ich mit der Arbeit. Und das ist Inhalt dieses Seminares. Also ich beginne da mit Grundlagen. Also zum Beispiel eine Dreierteilung eines Bildes. Wie teile ich diese drei Teile auf, auf das Format? Wie verbinde ich die unterschiedlichen Teile? Wie verbinde ich die Flächen, damit die nicht so separat stehen? Wie schaffe ich Teilflächen oder Binnenflächen innerhalb dieser Flächen? Das alles ist Inhalt dieses Seminars. Ich möchte euch helfen, sicherer zu werden bei der Konzeption eines Bildes. Ich möchte euch Anregungen geben, wie das zum Beispiel mit Hilfe der Collagetechnik funktioniert. Und ich möchte euch Hilfestellungen geben, wie das malerisch geht. Das habe ich beides in der Mischtechnik kombiniert. Mal so, mal so, so wie es mir gerade war. Und ihr könnt gespannt sein und ich hoffe auf ein tolles Feedback und freue mich auf weitere Möglichkeiten, mit euch gemeinsam künstlerisch tätig zu werden. Vielen Dank und ich freue mich auf die Zukunft. Danke. Danke.